Das ist Ben, ich bin Dominik und das ist Was geht ab mit den Flash News. Der Kommissionspräsident José Barroso hat sich für einen Beitritt aller Balkanländer und der Türkei in die EU ausgesprochen. Vor dem Hintergrund, dass viele Länder im Balkan vor wenigen Jahren noch Krieg gegeneinander geführt haben, diene die EU als Stabilisierung für die Region. Die Beitrittsverhandlungen der Türkei ziehen sich seit 2005 in die Länge, weil die geforderten Voraussetzungen bislang nur teilweise erfüllt wurden. Das jüngste Mitglied aus dem Balkangebiet ist Kroatien, das am 1. Juli 2013 in die EU aufgenommen wurde. Konkrete Verhandlungen gibt es aktuell mit Montenegro. Auch Bosnien-Herzegowina und Albanien gelten als Kandidaten für einen EU-Beitritt. Nach dem Bombenanschlag auf einen Linienbus im russischen Volgograd wächst die Angst vor Attentaten bei den Olympischen Winterspielen. Islamistische Terroristen aus dem Kaukasus haben angekündigt, Anschläge in Sochi verüben zu wollen, um die Spiele zu verhindern. Die russischen Behörden planen daher, die Kontrolle der Kommunikation im Internet zu verschärfen. Tatsächlich hat aber der russische Geheimdienst FSB bereits seit Monaten soziale Netzwerke verstärkt überwacht. Es wird vermutet, dass die Terrorgefahr nur als Vorwand für eine flächendeckende Überwachung der Internetaktivitäten dient. Die Sicherheitskräfte in Sochi hatten sich nämlich nicht nur auf islamistische Verdächtige konzentriert, sondern auch friedliche Kritiker der Olympischen Spiele wurden streng beobachtet. US-Präsident Obama hat am Dienstag versucht, die flächendeckende Überwachung Frankreichs durch die NSA zu relativieren. Nun hat der amerikanische Geheimdienstdirektor James Klepper die Berichte über das Abhören von mehr als 70 Millionen Telefonaten als falsch zurückgewiesen. In dem betreffenden Artikel der Zeitung Le Monde seien fehlerhafte und irreführende Angaben gemacht worden. Die USA würden lediglich die gleichen Daten sammeln wie die Geheimdienste anderer Länder auch und das nur zum Schutz der amerikanischen Sicherheit. Gleichzeitig wurde die Kritik von Amnesty International an den Drohneneinsätzen in Pakistan von der US-Regierung abgewehrt. Die Angriffe würden sehr präzise durchgeführt und weniger zivile Opfer fordern als herkömmliche Militäreinsätze. Die beplante Syrien-Friedenskonferenz in Genf ist womöglich erstmal auf Eis gelegt. Weder Präsident Assad noch die mittlerweile stark zersplitterte Opposition zeigten sich an den für November angesetzten Gesprächen interessiert. Assad kündigte zudem an, dass er im nächsten Jahr erneut für das Amt des Präsidenten kandidieren würde und provozierte damit die Rebellen. Der amerikanische Außenminister John Kerry sagte, dass sich die militärische Situation in Syrien weiter zugunsten Assads entwickelt hat. Seitdem die USA keinen Angriff mehr planen und die Zerstörung der Chemiewaffen in Gange ist, greife der Diktator in seinem Land wieder ungehindert durch. Die Online-Enzyklopädie Wikipedia hat mehr als 250 Nutzerprofile gesperrt und von der Seite verbannt. Grund dafür sind Vorwürfe, dass sie gezielt Artikel verfasst haben, die für Organisation oder Produkte werben. Obwohl bei Wikipedia grundsätzlich jeder mitschreiben darf, müssen die Einträge neutral und mit Quellen belegt sein. Die betroffenen Nutzer sollen für das Verfassen und Verschönern der Werbeartikel sogar bezahlt worden sein, sagt eine Sprecherin von Wikipedia. Die deutsche Version der Enzyklopädie ist von den Profilsperren nicht betroffen. Dennoch gibt es auch dort Diskussionen über den Umgang mit bezahlten Schreibern. Was meint ihr? Nutzt der Geheimdienst die Terrorgefahr als Vorwand für mehr Überwachung? Was sagt ihr zum Beitritt aller Balkanstaaten in die EU? Und welche Konsequenzen kommen für die bezahlten Schreiber auf Wikipedia in Frage? Postet es unten in die Kommentare. Da drüben gibt es noch zwei Videos mit News aus aller Welt. Hier unten könnt ihr immer auf dem Laufenden bleiben. Und hier ist TechScalibur, das ist es für alle Nerds. Und unten in der Videobeschreibung gibt es Instagram, Facebook und meinen Wikipedia-Eintrag. Ciao!